Hallo und herzlich willkommen bei Cats in Gold. Ich bin der Name Tim Simsek und es geht heute darum, dass das Stiefkitten umgezogen ist, denn ich war heute Morgen mit dem Stiefkitten beim Tierarzt und der Tierarzt hat das Stiefkitten untersucht und ich habe auch ein kurzes Video heute geteilt gehabt auf der Seite Cats in Gold, wie viel Flöhe das Stiefkitten hatte. Das war ja im ganzen Bauch voller Flöhe. Der Tierarzt hat das Spray gemacht für das Stiefkitten und nachdem er das Spray gesprüht hatte, sind die ganzen Flöhe halt rausgekommen und das kann man auch auf dem Kurzvideo sehen. Alle, die es auch nicht gesehen haben, die können sich das Video halt anschauen. Das ist das Video hier vor. Dann hat nochmal das Kitten von Pepe ihre Medizin bekommen, ihre Antibiotikum und ihre Tablette und der Tierarzt ist zufrieden und dann muss sie morgen wieder zum Tierarzt und wir hoffen mal, dass es auch im Allgemeinen schneller gesunder wird als erwartet. Und das Stiefkitten habe ich dann jetzt Pepe weggenommen. Es ist umgezogen. Ich habe es unten ins Zimmer zu den anderen Kitten getan, denn es saugt auch nicht mehr. Das ist auch über 40 Tage alt und der Tierarzt meinte, du kannst dich selber um das Tier kümmern, kümmerst du dich um das Tier, weil der hat auch ein bisschen was mit den Augen, eine Entzündung. Und der muss jetzt dreimal am Tag zwei Augenkropfen bekommen und einmal Augencreme. Und daher ist es halt besser, wenn ich mich um das Tier kümmere. Denn der Stiefkitten ist ja ein Kitten, was eigentlich froh sein kann, dass es heute lebt. Alle können sich sicherlich auch an den ersten Tag erinnern, wo das Stiefkitten zu uns kam, wo es noch circa zwei, zweieinhalb Wochen alt war, wo Pepe das ohne Wenn und Aber aufgenommen hatte und es dann noch gesäugt hatte. Aber das Stiefkitten ist ein richtiger Faucher. Er faucht immer, wenn man zu ihm geht. Er tut immer so eine auf dicke Hose. Er versucht immer so einen zu erschrecken. Und dann rollt er sich so zusammen, fast wie so ein Igel. Und man kann ihn einfach ganz leicht packen. Und deswegen finde ich es halt auch ein bisschen riskant, wenn der jetzt hier draußen alleine ist bei dem ganzen Hin und Her mit den Nachbarn oder dass dort so ein Pitbull jetzt hier hin und wieder mal im Garten ist. Ich weiß ja nicht, wie lange der noch da ist. Da möchte ich gerne das Stiefkitten jetzt selber aus Sicherheitsgründen auch bei mir im Schlafzimmer behalten, bei den anderen Katzen. Und vielleicht wird er dadurch auch ein bisschen sozialer und nicht mehr so streng, also nicht mehr so faucherisch, sagen wir mal. Er faucht ja so viel. Daher will ich ihn halt jetzt auch ein bisschen lieber bei mir im Schlafzimmer halten. Und für die Mama ist er auch schon groß genug, sowohl auch wie das andere Schwarz, was ich hier unten habe, was sie wiederbelebt haben. Und die kennen sich ja auch und ich hoffe, die werden auch wieder gute Freunde da unten. Auf jeden Fall haben die anderen Katzen keine Probleme da gehabt, also die anderen Kitten hatten damit keine Probleme, dass das Stiefkitten jetzt auch da ist und er wurde halt auch von denen sehr gut akzeptiert. Dann war ich, dann habe ich heute noch die Lilly mitgenommen. Die hat so ein komisches Schnupfen. Dort ist bei Lilly, ich merke, dass sie so schlechte Atemprobleme hat mit der Nase. Und der Tierarzt hatte ich das angeschaut und die hat jetzt auch eine Spritze bekommen und die muss jetzt auch ein paar Tage zum Tierarzt, zur Behandlung. Und dann war ich nochmal hier zu Hause und dann habe ich den Pepper gesehen. Der Pepper hat ganz, ganz viel Sabber im Mund gehandelt. Dem ging es gar nicht gut und ich habe gemerkt, dass es ihm nicht gut geht. Ich habe ihm ein Schleckerli gegeben und der hat den Schleckerli nicht gegessen. Er konnte ihn nicht essen. Und dann habe ich ihn gleich gepackt, in die Box getan und auch zum Tierarzt gefahren. Und der Pepper hat die Zähne ganz kaputt. Also die seitlichen Zähne sind ganz, ganz schlimm bei ihm. Daher kann er auch nicht essen und die Zähne müssen gezogen werden. Dann hat er heute zwei Medizin bekommen. Die kann man nicht sofort ziehen. Der muss jetzt einen Tag erstmal Medizin bekommen und morgen wird das kontrolliert. Und wenn es soweit ist, dann kann man ihm die Zähne ziehen. Und wenn er dann in Betäubung ist, dann werde ich ihn natürlich auch kastrieren lassen. Aber der Pepper ist schon seitdem er so ein kleines Kind ist, ein großes, seitdem ein kleines Kitten war, also ein kleines Kind, war das immer ein Sorgenkind mit seinen Zähnen. Wo ich den bekommen hatte, war der ganz, ganz dünn und abgemagert und er hatte keine Seinenzähne mehr. Also der kann froh sein, dass der heute noch lebt, der Pepper. Der ist auch jetzt von mir ein bisschen distanziert. Der ist da rechts, weil ich habe ihn ja an den Nacken gepackt und in die Box rein, dass man halt auch, dass ich ihn zum Tierarzt fahre. Ja, und dann war ich halt mit den Kitten halt beim Tierarzt, mit Lilly, mit dem Stiefkitten und auch mit dem Kitten von Pepe und hinterher nochmal mit Pepper. Ja, und wo ich dann hier zu Hause war und der Tierarzt war dann auch schon nicht mehr da, dann habe ich gesehen, dass die Filis auch so ein bisschen niest und ein bisschen was an der Nase hat. Und die werde ich dann morgen auch zum Tierarzt mitfahren. Also es ist gerade so eine Phase, wo hier irgendwie zwei, drei Katzen sich irgendwie, glaube ich, angesteckt haben. Aber die sind auch, Gott sei Dank, alle schon geimpft, die ganzen drei Kleinen da. Und das ist auch ganz, ganz wichtig, denn so ein Stupfen kann doch sehr böse ausgehen. Und wenn sie schon geimpft sind, die haben ihre zweite Impfung und das schützt sie auch vor vielen Krankheiten, die man nicht so leicht behandeln kann. Ich habe ja auch eine große Erfahrung mit der Katzensurche gehabt und das fängt halt alles so an, wenn die zuerst mal Stupfen bekommen. Und das macht mir halt dann immer ein bisschen Sorgen. Aber wie gesagt, die sind schon zweimal geimpft. Ich habe hier gerade die Bounty und den Drachen bei mir. Das kann ich auch mal zeigen. Schau mal, Bounty ist gerade weggesprungen. Der Drache ist wie immer hier. Ja, und dann können wir uns auch gleich die ganzen Katzen anschauen und mal sehen, was die alles machen. Und ich habe die Katzen noch nicht gefüttert. Und heute ist hier Glückstag. Heute hat, wir haben ja, ich habe ja gestern den Feel-Futter gekauft gehabt. Hier bei Kapur das Whiskas-Futter aus der Tüte. Aber das mochten die gar nicht. Und heute hat jemand, heute war jemand zu Besuch im Laden und hat denen das gut und günstig Futter mitgebracht gehabt. Von Hello My Cat. Ihr Lieblingsfutter. Und das werden wir denen gleich geben. Und das wird denen auch sicherlich dann schmecken. Und das können wir dann jetzt alles vergleichen. Weil gestern haben wir gesehen, dass viele der Katzen das Whiskas-Futter aus der Türkei nicht mögen. Und jetzt schauen wir mal, wie sie dann hier wieder auf das gut und günstig Futter losgehen. Und dann schaut mal hier, der Drache, der haut nicht richtig, dass ich ihn massieren soll. Das kann wehtun, wenn er das auf einmal zuschnappt, wenn er das auf einmal zuhaut. Die Nicole ist da. Der Pepper ist da. Der Leon ist da. Schau mal, der Leon ist auch hier. Pünktchen ist da. Bounty. Silvia. Und hier ist nochmal Gretel. Das sind die, die hier drin sind. Also die hier auf dem Balkon sind. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht Katzen sind da. Und den Leon hatte ich heute in der Früh rausgelassen. Ich habe ja die Geschäfte um 17 Uhr aufgemacht. Und der Leon war den ganzen Tag draußen. Und der hat sich ja gar nicht wohl gefühlt draußen. Der hat im Laden den ganzen Abend geschlafen. Und jetzt ist er zu Hause. Ganz, ganz herzlichen Dank an Zoraia Konrad für die 50 Sterne für die Unterstützung der Straßentiere und der Seite Katzengold. So, und dann gehen wir mal rein. Schau mal, hier drinne. Hier wartet uns auch gleich eine ganze Bande. Schau mal, hier sind auch. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf Katzen sind hier. Zwölf, dreizehn, vierzehn, fünfzehn, sechzehn, siebzehn, achtzehn, neunzehn. Neunzehn Katzen sind hier gerade im Haus. Und, und drinne sind auch neunzehn plus sechs Kitten unten. Macht das insgesamt 25. Außer die, die noch vor der Haustür sind. Außer die, die noch nicht da sind. Wie zum Beispiel Paloma. Oder Frosch. Und schaut mal. Die Nervensäge ist auch da. Schau mal, das Starschein ist auch da. Also 26. Von Bounty ist gerade reingelaufen. Dann sind es jetzt 27 hier im Haus. Also 27 Katzen haben wir hier gerade im Haus. Nicht wahr, erstgeborener? Du bist auch hier im Haus, ne? Ja, ja, erstgeborener. Ich hab mal hier die bunte. Die fühlt sich auch ganz wohl. Nervensäge. Ja, was Nervensäge? Du und deine Kinder. Ihr seht die einzigen, die so miauen. Schau mal, deine Tochter ist auch so eine Nervensäge wie du geworden. Die Stimme. Sieh es mal an. Das ist deine Tochter. Nervensäge. Das ist Paul. Die miaut ja genauso wie du. Nicht wahr, Nervensäge? Alles gut bei dir Nervensäge? Ja, was mehr? Was mehr? Und das Stiefkitten miaut dort vom Zimmer aus. Ich hoffe, dass Pepe das nicht zu sehr stresst. Ach ja, und heute haben wir, heute haben die Katzen von einer Person aus Deutschland das Hello My Cat auch in Dosen bekommen. Das ist ja das Schalenfutter, was sie sehr, sehr mögen, wo alle Katzen drauf abfahren. Und ich wusste nicht, dass es auch hier Hello My Cat gut und günstig in Dosen gibt. Und wir probieren mal die Dosen aus, ob die das auch genauso sehr mögen. Das ist ja die gleiche Farbe. Das eine ist in Schalen, das andere ist in Dosen. Und das können wir mal ausprobieren. Also hat sich heute jemand die Mühe gemacht. Ganz, ganz herzlichen Dank dafür. Mal sehen, wie es jetzt ausschaut. Mit dem Hello My Cat aus Deutschland aus der Dose. Gestern habt ihr ja alle gesehen, dass das Whiskas aus der Türkei nicht so beliebt war bei den Katzen. So, dann kommt der Momento, Moment, 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 Moment. Habt ihr so einen Appetit? Wegen dem... Könnt ihr das riechen oder was? So, das ist jetzt wie gesagt das Dosenfutter von Hello My Cat aus Deutschland. Und mal sehen, wie sie das essen, wie sie das mögen. Da bin ich jetzt aufgespannt, ehrlich gesagt. Und hier sind gerade alle Näpfe belegt. Und dann machen wir mal die zweite Sorte auf. Und dann bekommen die hier nochmal alle was. So, Nervensäge, da kannst du auch ein bisschen essen. Nicht streiten. Ja, Nervensäge, warte, ich lege dir deine Milch, warte. Ja, alles gut. Mal kaum ist Starshine da, schon ist der Ärger. Starshine, ich biege dir gleich draußen was, okay? Lass mal die bitte essen. Du brauchst nicht so zu stressen, Starshine. Du bekommst gleich draußen was, okay? Starshine hat gleich alle verjagt. So, Nervensäge, da bekommst du noch dein Schleckerli in die Milch rein. Na, Pünktchen, wo kommst du her? Starshine. Komm raus. Komm du mal raus bitte, okay? Komm mal mit, komm mal mit. Leon, ist dir der Appetit vergangen, wegen Starshine? Ist dir der Appetit vergangen? Bella, du bekommst gleich was. Und der Pepper kann wieder essen, der hat auch natürlich ein Schmerzmittel bekommen. Wegen seinen Zähnen, der kann wenigstens ein bisschen kauen. Die Nervensäge hat ihre Milch. Jetzt wird der Milch zufrieden. Schaut mal, die anderen Katzen sind am Essen. Und jetzt ist Starshine drin. Und dadurch sind die anderen ein bisschen vorsichtiger. Aber schau mal, sogar die Bunte schluckt die großen Fleischstücke. Die hat auch keine Zähne. Die scheint dir wohl zu schmecken. Ja, Bella. Du bekommst auch gleich, okay. Schaut mal, der Pepper hat schon ein bisschen Probleme beim Kauen. Wie gesagt, dem müssten die Zähne gezogen werden. Dem armen Tier, das ist auch so ein Sorgenkind. Schaut mal, der kann wirklich schwierig kauen. Der kleine Pepper, schaut mal, der kann nicht wirklich kauen. Der hat jetzt natürlich auch ein Schmerzmittel bekommen. Der hat einen richtig starken Sabber. Und das Sorgenkind, der wollte auch einfach nicht gesund werden. Wo der klein war, das hat auch seine zwei bis drei Wochen gedauert gehabt. Und die Nervensäge ist am Schlecken. Und schon mal da warten die Katzen in der Reihe. Und man sieht, dass sie hier am Essen sind. Ich glaube, der Pünktchen ist jetzt auch gekommen. Ich habe dort ein kleines Fleischstück gesehen an der Seite. Das Pünktchen ist ein bisschen zurückhaltend, was das Futter angeht. Die ist immer ein bisschen später als die anderen. Das geht schon mit dem Futter, aber das Schalenfutter ist halt schneller weg. Vielleicht jetzt auch damals schon, weil das hier Fleischstücke sind. Das Schalenfutter kann man ja schön klein machen. Aber auf jeden Fall sieht man hier, dass das Futter beliebter ist, als das Whiskas in der Türkei. So, Pepe, ich weiß, dass du deinen Kitten hörst da und deinen Stiefkitten. Aber ich kann es dir zur Zeit nicht wiedergeben. Ich muss es behandeln. Und das ist gut, dass du hier mit dem anderen Kitten auch hier bist, weil die möchte ich auch gerne impfen. Und ich würde den am besten gleich morgen mitnehmen. Ja. Ja, was kommt jetzt alle hier raus? Das ist für Pepe und ihr Kitten hier gedacht. und somit P bot sie auch das Futter, die weiß, dass es hier ihr Napf ist, da muss ich nicht mehr in den Nachbargarten gehen und der Freund, der bekommt auch noch sein Futter, ich habe jetzt alles da rein getan, kleiner Freund, aber du läufst ja nicht weg, du bekommst gleich auch dein Futter. Und du, kleiner süßer Spatz, deine Geschwister sind jetzt im Schlafzimmer, magst du auch damit zu denen hingehen? Magst du auch zu denen? Kannst du gerne hin? So und dann. Und der Leon gewöhnt sich auch immer mehr ans Umfeld, ich habe Leon gesagt, der hat mich gleich angeschaut. Komm, lass sie essen. Na, der kleine Mama läuft weg, er läuft gleich hinterher, seht ihr das? Jetzt hat Leon einen seiner Größe, mit dem er spielen kann, seht ihr das? Aber da will ich mit Leon spielen. Es wird einfach keiner mit ihm spielen. Was soll ich machen? Pepe? Ja. 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 der Pepe wartet da jetzt und das Kitten auch und das Stiefkitten schreit da richtig im Zimmer ich glaube der spürt dass seine Mama in der Nähe ist wir gehen mal da jetzt kurz runter und schauen mal warum es so meckert und wie vollet ihr das Licht aus na was schwimmst du Pünktchen habt ihr alles weg gegessen oder wartet ihr bis Starshine da weg ist ja ihr habt ihr alles weg gegessen ihr seid froh dass ihr wieder Futter aus Deutschland da habt die Nervensäge hat die Reste da gelassen und die nimmt und holt sich jetzt Mini das ist Nervensäge warum bist du so feucht lass dich mal anführen wo hast du dich wieder umgetrieben Nervensäge so ein süßes Tier du hast noch nichts bekommen Bella ja ich muss sagen wie gesagt ich auch nicht ok warte dann bekommen wir jetzt Paul noch mal was ja alles gut alles gut wir machen euch jetzt die dritte Dose auf und danach geht's runter zu den Kitten komm mal her komm mal her komm mal her gehen komm mal her樑 ja dann kommt mal her da habt ihr noch was da habt ihr noch was da habt ihr noch was da habt ihr noch Vous und jetzt bekommt Bella hier oben das, hier Bella, mal sehen ob du das Futter auch magst, hier eine Nervensäge, hier, komm her, und weil einer der hier richtig viel isst, ist gerade der Pepper, man merkt, dass der nichts essen konnte, hier Nervensäge, ich mach dir noch mal Milch, alles gut, hier, hier hast du jetzt noch mal Milch, hier, die Nervensäge wollen noch mal Milch, ja, ok Nervensäge, hier kommt noch mal Schleckerli da rein, und sobald ein Schleckerli drin ist, fängt sie an, an der Milch zu lutschen, oder zu schlecken, und schaut mal, die sind wieder so froh, dass sie hier ihr Lieblingsfutter haben, von gut und günstig, so ganz ganz herzlichen Dank, an die Person, die es heute mitgebracht haben, so Marbella hat gestern gar nichts gegessen gehabt, dann schaut mal, heute ist sie wieder glücklich, und freut sich da, wieder, dass sie das Essen hat, und der Pepper isst immer noch, sieht euch das mal an, wie lange der schon isst, also da hat wie gesagt immer das Hähnchen, der hat heute sein Schmerzmittel bekommen, und der kann wieder essen, aber dem werden die Zähne gezogen, und die Nervensäge hat ihre zweite Portion Milch, und wir gehen gleich mal dann runter, und schauen mal, was die Kitten machen, ich hatte einen Napf, nochmal hoch geholt gehabt, die sind aber richtig zufrieden, Silvia, schau nicht so entschuldig, du bekommst gleich auch noch was, ok, du bist jetzt ein bisschen spät gekommen, Silvia, Nicole ist ja richtig schnell, Nicole, das läuft nicht weg, das Futter, keine Sorge, ich frage mich nur, wo habe ich den Napf hier getan, aber naja, alles gut, da nehme ich halt, warte kurz, nicht mini, bitte nicht an die Kamera gehen, ich nehme mal von hier, einen Napf, die Stube hier mal aus, und ich nehme mal den Napf hier mit, nach unten, zu den Kitten, so, ja, Nervensäge, du hast ja genug Futter, es reicht, ich weiß irgendwas du willst, so, und für die Kitten haben wir auch hier, Hello My Cat, zweimal, das nehmen wir dann auch mal mit runter, und mal schauen, wie es denn da geht, aber schaut euch mal hier an, wie viele Katzen hier glücklich und zufriedengestellt wurden heute Nervensäge, du hast genug Milch da Pepper, zeig mal deinen Mund Ja, du musst in die Zähne gezwungen werden, du kannst froh sein, dass du jetzt erstmal wieder essen kannst, ich verstehe dich schon, Pepper So, aber hier, man sieht, dass da auch was hängt vom Sabber, vielleicht hat großen Zahnschmerzen und Pepper hat viel übergelassen Da steigen wir mal hier unten hin, damit die anderen da dran essen können, hier sind wir Da habt ihr genug dran, esst mal den Rest auch von Pepper So, ich misch euch das, so, ich sag, das muss auch gegessen werden, so Ich misch euch das, so, ich sag, das muss auch gegessen werden, so Jetzt will wir isst ruhig, die tun dir nichts Nervensäge, was schaust du mich so an? Du hast hier genug Milch bekommen Was, Miao? Schau, du hast da eine zweite Portion Milch bekommen Ich weiß nicht, was du von mir willst Ja Und das Stiefkippen schreit richtig da unten Ich hör das bis hier hin Und du Zarte, du bist auch zufrieden heute, ne? Ich hör mal die Katze, die gestern nicht gegessen hatte Putze ich heute, weil sie so glücklich ist Seht ihr das? Die ist ganz zufrieden Nicht wahr, Bella? Und die bunte erst Die ist ja ein Fleischstück nach dem anderen Aber richtig zugenommen hast du Das Langzeitmittel hat dir wirklich gut getan Morgen kommst du zum Tierarzt, ne? Gelächter Feliz, geht es der Beser? geht es dir besser Kleines wo ist Stiefketten lauf doch nicht gleich weg was schreist du hier die ganze Zeit herum wir wollen es nur gut für dich der ist jetzt dort in den Schrank gegangen seht euch das mal an Stiefketten das ist das beste für dich sieh dir deine Augen an du kannst froh sein dass du die flürlos bist du kannst froh sein dass ich deine Augen behandeln du kannst froh sein dass ich überhaupt hier aufgenommen habe dass du heute hier wenigstens eine Stiefmama hast du bist nur ein paar tage hier von deiner Mama getrennt bald lasse ich euch hier alle im Haus raus ihr seid nicht euer ganzes Lieben hier Stiefketten hör auf zu fauchen Kleiner und wo ist deine Stiefschwester schau mal deine Stiefschwester Obwohl du so böse zu uns bist obwohl du uns so anfauchst schau mal ich tue alles dafür damit du gesund wirst damit du weiter leben kannst damit es dir gut geht ja das ist noch kein Feuchtfutter warte die gehen gerade ans trockenen Futter schau mal der denkt da gibt es Feuchtfutter na warte mal ab warte mal ab warte mal ab schau mal die kommen gleich alle raus weil die wissen es gibt jetzt Feuchtfutter ja ja kommt mal her so keine Sorge keiner nimmt euch das weg ich habe für euch jetzt zwei Näpfchen oh viel ist verspricht hier hier das ist Napf Nummer eins und jetzt kommt noch Napf Nummer zwei die bekommt jetzt Futter an zwei Näpfchen weil ihr seid hier jetzt sechs Personen schau mal wie sehr sie alle das Futter von gut und günstig mögen so Heidi Cooke, da habt ihr jetzt alle genug Futter, seht ihr und schaut mal daran sieht man dass eine Katze kein Fieber hat oder dass eine Katze nicht so sehr krank ist, weil die essen, eine Katze isst immer das was sie riechen kann und schaut mal, das ist auch eine sehr sehr gute Kontrolle für Kitten, wenn die Appetit haben und essen können und schaut mal, der Stiefkitten kennt auch Futter, der weiß was Feuchtfutter ist und die anderen wissen das auch, jetzt sind wir hier 1, 2, 3, 4, 5, 6 Kitten, jetzt fehlt noch ein Kitten von Pepe und ich muss auch irgendwie versuchen Pepe zu fangen um zu kastrieren und jetzt ist der Leon hier vor der Haustür und Leon will unbedingt hier rein, der miaut richtig, der findet einfach keine Freunde ja Leon, wenn du die Ärger machst, fliehst du sofort raus Leon, ich sag's dir du miaust so da draußen, du willst so gerne mit den Kleinen hier spielen, aber du bist immer so böse zu den Leon, schaut mal, schaut mal, er will gleich, Heidi kann sich schon gegen ihn wehren, seht ihr das? Ne, er lässt das einfach nicht, er ist einfach so grob, Leon die will mit dir nichts zu tun haben, sofort raus mit dir du lernst es einfach nicht, du kapierst es einfach nicht, du bist einfach zu böse zu den Leon das Stiefkitten hat seinen eigenen Teller, mit dem Stiefkitten will keiner essen schau mal, wie klein das Kitten von Miramar ist im Vergleich zu den anderen danach das Stiefkitten und danach das Kitten von Pepe aber man sieht, dass die anderen auch gewöhnt sind von dem Napf zu essen, vielleicht essen sie auch deswegen lieber von dem einen Teller Napf und das kleine Kitten von Miramar hat so sehr geschmeckt, dass er sich putzt und Leon will, glaube ich, hier aufs Klo gehen ne, doch nicht und zack, 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 rumpelt die schwarze wieder ins Nest da unten rein und ich werde auch nicht satt, schaut mal, wie viel das Stiefkitten da ist Leon, wenn du des schwarzen wehtust, fliegst du gleich raus, ich sag's dir und du, Kleiner sieht euch mal an, wie süß das aussieht, wenn ein glückliches Kitten sich da putzt ich bekomme da nicht genug von mir das anzuschauen, sieht euch das mal an ist das nicht süß und die Prinzessin auch neben ihnen stell ich das mal an, beide zusammen macht das wirklich nicht einem das Herz auf wenn man da zwei Kitten sieht, die glücklich gegessen haben zwei Kitten, die heute nicht mehr gelebt hätten zwei Kitten, die man wirklich aus der Not geholt hat das eine hatte kaum Augen das eine konnte nicht essen sogar die Prinzessin konnte auch noch nicht selber essen die hätte keine Augen mehr gehabt, die hatte eine zu starke Infektion die hätte heute nicht mehr gelebt und schaut mal, wie weit es gekommen ist und ich bin so glücklich, dass es denen so gut geht das macht mich einfach richtig froh, wenn ich sowas sehe also ein schöneres Gefühl gibt es für mich nicht ehrlich gesagt Leon, der will nicht mit dir spielen du hast ihn erschrocken, dem kleinen Miramare Kitten sieh dir mal den Schwanz an von ihm also die wollen einfach nicht mit dem Jungen spielen sieh euch mal an, wie der da steht na alles gut Kleiner, alles gut alles gut beruhig dich wieder beruhig dich wieder, der wollte nur mit dir spielen die Prinzessin haut den Leon die haut zurück schaut, schützt sich das mal an zack zack also Leon er will ja nicht spielen, seht euch das mal an das ist eine Spielposition er will ja gerne spielen aber die anderen verstehen das nicht sieh dir das, er will gerne spielen das ist ein das ist ein das ist ein beruhig sieht euch mal das Miramare Kitten an das hat ja einen richtig dicken Schwanz wo er Leon gesehen hat, wenn wir mit ihm nichts zu tun haben. Seht euch mal den Schwanz an, der ist ja richtig in Kampffosition. Seht euch mal den Schwanz an, seht euch das mal an. Jetzt geht er zum Stiefkitten und Stiefkitten faucht ihn auch an. Stiefkitten will mit ihm auch nichts zu tun haben. Oh Stiefkitten, was fauchst du ihm an, du Warmduscher? Das ist der Kleinste hier. Dann geh mal dort rein, ja. Geh mal zur Schwarzen. Genau, da bist du willkommen. Komm, geh da rein. Geh mal da rein, Kleiner. Und die Schwarze ist auch schon am Schlafen. Seht euch mal an, wie süß sie da liegt. Und schläft. Seht ihr das? Also ich bin einfach richtig glücklich, dass die Katzen hier den Kitten einigermaßen gut geht. Und das sind wie gesagt alles Katzen, die heute nicht mehr gelebt hätten, die jetzt hier in diesem Schlafzimmer sind. Ich muss da nicht viel erzählen. Hier bekommt das alles mit, die Leute, die sich da schon länger anschauen. Die Leute, die das alles verfolgt haben mit den Kitten von Miramare. Mit der schwarzen kleinen Babykatze, die da jetzt liegt. Oder mit dem Stiefkitten, was hier als erstes hier in dem Zimmer war, dem ich mich gegeben hatte. Und das hat ihn gar nicht gepasst gehabt. So, Leon, ich glaube, du musst hier wieder raus. Leon, komm mal her, Kleine. Komm mal her. Komm mal her. Das hat keinen Sinn mit dir. Ich kann nichts sehen. Okay, tschüss. Tschüss, Leon. Die kann nichts sehen, Leon. Ja, bei sechs Kitten muss ich gleich nochmal das Klo hier sauber machen. Und nochmal ein bisschen Streu nachfüllen. Und Leon ist jetzt rausgeflogen. Und schaut mal sogar, die haben hier Hello My Cat aufgegessen. Und unsere Stiefkitten haben wir jetzt der Mama wieder weggenommen. Es ist einfach dafür da, für sein, es ist gedacht, dass es ihm dadurch besser geht, dass er besser aufwächst, dass er sozialer wird. Und dass wir ihn behandeln können, dass wir ihn behandeln können, so wie die anderen Katzen hier, so wie die anderen Ketten, dass wir ihn behandeln können. Und dass der auch bald, so schnell wie möglich, so schnell wie möglich geimpft wird. Und dann müssen wir mal hier kurz vor die Tür, die wir hier Futter noch nicht bekommen. Ja, wer ist von euch alles da? Wie immer Standard, die bunte Mama. Wo sind eigentlich deine Ketten dieses Mal? Der rote und hier nochmal. Ich muss mal hier morgen, ja was fauchst du mich an? Ich muss mal hier morgen auch ein bisschen Ameisen mittel sprühen. Dann sind schon wieder ein paar Ameisen hier. Und schaut mal, auch hier sind die jetzt glücklich. Also, es heißt nicht, dass die kein Futter haben. Aber die bekommen von mir noch Feuchtfutter. Die haben überall Trockenfutter. Und wenn sie dann einen anstarren und miauen und warten richtig, dann macht man halt nur das Beste für die. Man will die Tiere einfach glücklich machen. Ich bin ja glücklich, wenn die glücklich sind. Und schaut mal, auch die hier. Man sieht hier, dass die jetzt richtig glücklich sind. Und jetzt kommt noch Söckchen. Söckchen, warte, für dich habe ich auch noch eine Tüte. Ich habe immer hier vier Tüte in der Hand. Und jetzt ist Söckchen da. Die bekommt auch eine Tüte. Und die bekommen ja alle. Das Gleiche. Jetzt haben wir auch noch mal vier Katzen glücklich gemacht. Jetzt haben wir die Hami auch Futter und Wasser. Aber die lieben halt sehr das Feuchtfutter. Und Philis ist immer gleich neugierig. Wo geht der wohl hin? Warum lässt er mich hier? Seht euch das mal an. Die klettert schon richtig die Gardinen hoch, um mich hinterher zu schniffeln. Oh, jetzt hängst du da, aber warte mal. Alles gut, Kleines. Alles gut. So. Sie hängt da, wenn wir vom Fenster aus hinterher schauen, wo ich da wohl bin. Alles gut, Philis. Alles gut. Leon ist rausgeflogen. So. So. Dann holen wir mal, schaut mal das Stiefkind an. Ich zeig dir das mal vor dem Spiegel. Der schleicht sich hier ran. Und zack, 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 läuft der da wieder rein. Na, du suchst so ein Halonke. Und zack, zack, zack. Fühl ist dich nämlich auch mal zum Tierarzt. Na, dein Husten gefällt mir nicht, dein Niesen. Du bist auch mal bei mir in der Nähe, ne? Du bist auch so eine kleine Nervensäge. Du willst immer zu mir. Ne? Alles gut, Philis. Alles gut. Alles gut, Philis, okay? Ach, die kommt immer zu mir. Ja, nicht anspringen. Ich schaule dich schon. Schau dich mal an, wer hier schaut. Zack. Wer hier hinter das Eck schaut. Und ich hab dich erwischt. Und schon versteckt er sich wieder. Dann habt ihr das gesehen? Und du denkst immer noch, Leon ist hier, ne? Leon ist raus, keine Angst. Komm raus. Der Leon ist nicht mehr da. Und dich krieg ich gleich noch. Du musst auch Augen tropfen bekommen. Und schau mal jetzt deine Medizin. Ich bin gleich wieder da. Ich muss aber das Handy mitnehmen. Die beiden gehen gleich an das Gimbal und das Handy. Wenn ich nicht hier bin, kann es sein, dass sie das attackieren. Agira, was machst du denn hier? Leon, komm in dein Zimmer. Komm. Du fühlst dich nicht wohl. Du willst schlafen, ne? Geh, Leon, geh. Geh. Geh, Leon, geh. Komm in dein Zimmer. So. Jetzt leg dich hier schlafen, okay? Habt ihr das gesehen? Der Leon geht hier schon von alleine ins Zimmer. Dann leg dich mal schlafen, Kleiner. Du siehst richtig müde aus, okay? Ja, alles gut, Leon. Ich muss hier meine Tasche zu machen. Meine Social Media Tasche. Sonst geht Leon da ran. So. Hast du einmal meine Tasche, wo meine Kameras drin sind. Mein Mikrofon, meine Ladegeräte, mein Gimbal. Und Leon kann da schnell rangehen. Und hier ist meine Erste-Hilfe-Tasche, wo die Medizin drin ist. Und hier hat Leon sein Katzenklo. Und da hat er sein Futter und Wasser. Natürlich Kittenfutter. Ja, und dann leg dich mal schlafen, ne? Und er geht freiwillig in sein Zimmer rein. Habt ihr das gesehen? Der fühlt sich gar nicht wohl. Schau dich mal die anderen Kauen hier an. Der Graue... Also immer die Wunde ist auch wieder heil von Kretel. Peppa... Muss zum Zähne ziehen. Und Leon, willst du raus? Wenn ja, dann muss ich die Tür zumachen, Leon. Wenn du da raus willst, muss ich die Tür zumachen. Und hast du dich jetzt wieder mit... Ne. Der will im Zimmer bleiben. Und was hast du mit deinem Auge gemacht? Mit ihm hast du dich wieder gestritten. Ja, Leon, dann bleib mal hier, okay? Wenn du raus willst, komm raus, Leon. Aber nicht, dass eine andere Katze da rein geht. Dann bleib mal da dran, okay? Und Bagheera ist auch da unten. Bagheera, bitte zur Seite gehen. Schau mal. Fede 3. Sind hier am Spielen. Mit Bagheera. Unter der Tür. Och, Phyllis. Aua, Aua. Was springst du nicht an, Phyllis? Runter mit dir. Das tat weh. Deine Krallen, du richtig wehfälligst. So, Stiefkitten. Denk nicht, du kannst dich von mir verstecken. Wo bist du? Da bist du. Da bist du. Ich seh dich schon, du kleiner Gartenzwerg. Pass nur auf, was ich jetzt mit dir mache. Passt nur auf, was ich jetzt mit dir mache. Okay. So, ich hatte dich, du kleiner Gartenzwerg. Ich schaffst es, ich weiß nicht mit dir mache. Ich schaffst alles. So, ich schaffst es. Ich weiß die Kippen, wo so ein paar in den Augentropfen sind. Komisch. Aber ich habe sie, ok. So, dann tue ich die mal hier hin. Stiefkitten. Hör auf zu fauchen, ich schaffe es sowieso nicht zu füllen. So, alles gut Stiefkitten. So, durch. Rollt sich immer zusammen wie ein kleiner Ingel. So, da ist das. Jetzt drehe ich mal um, ich kontrolliere mal ob die Flühe alle weg sind. Ja ok, dann kann man echt graulich mal erstmal. Echt graulich mal ein bisschen Stiefkitten, ok. So, alles gut Kleiner, alles gut. Du musst jetzt 5 Tage Augentropfen bekommen und Augencreme, meinte der Tierarzt. Und du bist schon ein kleiner Genießer, das sehe ich. Aber, wir müssen dir jetzt Augentropfen geben. Und daher dreh dich mal bitte einmal um. So. 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 Stiefkind ist schon sehr sehr scheu, ich muss hier später noch ein bisschen auf den Arm nehmen, was schon ganz ganz scheu ist hier, das gefällt ihm gar nicht, alles gut Stiefkind, alles gut, ja ich mag ihn jetzt nicht so sehr unter Druck setzen, das gefällt ihm gar nicht, aber das wird sicherlich mit der Zeit besser, so und somit haben wir heute gesehen, dass das Stiefkind umgezogen ist, das Stiefkind lebt jetzt auch hier bei den Katzen im Schlafzimmer, das sind jetzt hier insgesamt 6 Katzen und die verstehen sich auch eigentlich ganz gut, die haben hier eben sogar das Trockenfutter fast alle gemacht, die müssen auch Trockenfutter bekommen und das Stiefkind bekommt dann in 10 Minuten nochmal Augencreme, die Terramizin Augencreme und wie gesagt, der Peppa muss dann auch zum Tierarzt, dem schwarzen Kitten vom Pepe geht es auch besser und den anderen Katzen geht es hier auch im Allgemeinen ganz gut, Lili muss zum Tierarzt, Peppa muss zum Tierarzt und Filizcommon auch zum Tierarzt und schau mal, jetzt bin ich ein bisschen weg und dann steht er wieder und wenn ich in die Nähe gehe, dann bückt er sich wieder, also es ist schon ein außergewöhnlicher Kater vom Charakter und ja, Super Miramare, gehen wir mal zu ihm hin, dass der ein bisschen sozialer wird und schau mal, wie ich hier wieder auf dem Rücken habe, wo die wohl hergekommen ist, Felix, gehst du bitte lieber runter, so, Felix war jetzt wieder bei mir auf dem Rücken und ich möchte mich dann für heute verabschieden, ich hoffe das Video hat euch gefallen, ich danke euch alle fürs Zuschauen, fürs Liken, fürs Kommentieren und für die Sterne, ich sage dann bis zum nächsten Mal, auf Wiedersehen und Tschüss ich sage dann bis zum nächsten Mal, auf Wiedersehen und Tschüss